Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich habe Offa, mein Sohn, zum Krieg gebracht. 110 Prozent der Eingeroffenden sind erschienen. Der Major sagt, so eine Einstellung hätte er noch nie erlebt. Wenn ich jetzt noch sieben oder acht Stunden oder zehn oder zwölf oder fünfzehn von ihm erzähle, dann wird mir leichter sein. Behalt das Kind, flüsterte er fiebernd. Bitte! Ora! Da muss noch einer durch. Noch einer!